Es waren nicht so sehr die Worte des Apostels Paulus, die zu einer Erweckung führten, sondern vielmehr die Wunder, die er dort tun konnte. Und eigentlich war der Anlass zur Erweckung in Ephesus ein schreckliches Ereignis, sehr gewalttätig und blutig. Ich lese einmal den Text aus Apostelgeschichte, Kapitel 19 von Vers 11 bis 20. Wir haben den Text schon einmal gelesen, aber ich möchte noch mehr daraus holen und werde ihn noch einmal vorlesen, also Apostelgeschichte, Kapitel 19 von Vers 11 bis Vers 20 nach einer modernen Übersetzung in heutigem Deutsch. Gott ließ durch Paulus ganz ungewöhnliche Dinge geschehen. Die Leute nahmen sogar seine noch schweißfeuchten Kopf- und Taschentücher und legten sie den Kranken auf. Dann verschwanden die Krankheiten und die bösen Geister fuhren von dem Besessenen aus. Auch manche Juden, die als Dämonenbeschwörer durchs Land zogen, gebrauchten bei ihren Beschwörungen den Namen von Jesus, dem Herrn. Sie sagten zu den bösen Geistern, Ich beschwöre euch, bei dem Jesus den Paulus verkündet. Das versuchten einmal auch die sieben Söhne eines gewissen Skewas, eines führenden jüdischen Priesters. Aber der böse Geist in dem Kranken erwiderte, Ich kenne Jesus und ich kenne auch Paulus, aber wer seid ihr? Der Besessene fiel über sie her und schlug allesamt zu Boden. Blutend und halbnackt mussten sie aus dem Haus fliehen. Die Geschichte wurde in ganz Ephesus bekannt. Juden wie Nichtjuden erschraken und sie ehrten und priesen den Namen von Jesus, dem Herrn. Viele von denen, die zum Glauben gekommen waren, kamen jetzt und gaben offen zu, dass auch sie früher Zauberkünste getrieben hatten. Eine beträchtliche Anzahl von ihnen brachte ihre Zauberbücher und verbrannte sie öffentlich. Man schätzte, dass die verbrannten Bücher 50.000 Silberstücke wert waren. So erwies die Botschaft Gottes ihre Macht und breitete sich immer weiter aus. Heute möchte ich besonders in diesem Abschnitt betonen, dass eine Erweckung entstanden ist, durch die Wunder des Paulus, aber auch durch die Erfahrung dieser sieben Söhne, die von den bösen Geistern überfallen wurden und verletzt wurden. Aber was uns heute noch mehr interessiert, sind die Auswirkungen dieser Tatsachen, dieser Wunder, die da geschehen sind. Was ist eigentlich eine Erweckung? Hast du dieses Wort schon einmal gehört? Und was stellst du dir darunter vor? Über diesen Begriff Erweckung müssen wir heute unbedingt sprechen, wenn wir dem gelesenen Bibelabschnitt aus Apostelgeschichte 19, Vers 13 bis 20 gerecht werden wollen. Erweckung ist ein Phänomen in der christlichen Welt. Es ist ein Erwachen unter der Bevölkerung für Gott und geistliche Dinge. Erweckungen haben oftmals weitreichende Auswirkungen auf die Moral und die Ethik. Sie haben Auswirkungen auf das soziale Verantwortungsgefühl der Menschen. Sie haben Auswirkungen auch auf den wirtschaftlichen Fortschritt und ganz sicher auf das ganze religiöse und kirchliche Leben. Wenn wir es recht bedenken, sind es solche Erweckungen, die uns in weiten Teilen unseres Landes und innerhalb der Kirchen fehlen. Nur eine Erweckung kann die Kirche wieder lebendig und attraktiv machen. Nur eine Erweckung in großem Stil kann die vielen Streitigkeiten unter den Christen beenden und uns ein neues Sendungsbewusstsein vermitteln. Nur eine Erweckung kann es erreichen, dass wir unsere Fehler einsehen, zugeben und vor Gott und den Menschen bereinigen. Nur eine Erweckung kann es bewirken, dass einmal aus den vielen Worten und guten Vorsätzen wirklich Taten werden. Es gibt genug Beispiele, wo solche Erweckungen entstanden sind. Auch in Deutschland kennen wir Gebiete, wo es vor einigen Generationen Erweckungen gegeben hat. Und noch heute machen sich diese Auswirkungen bemerkbar. In diesen Gebieten sind die Gottesdienste noch besser besucht. Es gibt Missionsgesellschaften hier, Bibelschulen, weniger Proteste und Unruhen und viele andere Anzeichen sind da. Als in Russland der Kommunismus die Gewalt im Staat übernahm, drohte allen Christen und Gemeinden der Untergang. Aber die Gläubigen beteten um Erweckung in ihren Reihen. Daraufhin hat Russland eine vorher nie beobachtete Erweckungsbewegung erlebt. Trotz aller Verfolgungen und Widerstände in diesem atheistischen Staat lebte die Gemeinde und sie lebt heute noch in Russland und sie hat eine Kraft und ein Zeugnis wie sonst in wenigen anderen Ländern auf der Welt. In Südkorea sind starke Erweckungsbewegungen und viel geistliches Interesse. Kirchen sind überfüllt. Tausende von Menschen treffen sich unter ungünstigen Bedingungen zu riesigen Gebetsversammlungen. Und auch in Kenia, Afrika, gibt es schon seit vielen Jahren eine Art kontinuierlicher Erweckung. Immer wieder finden Menschen zum christlichen Glauben. Die Gemeinden wachsen. Das Christentum oder die Christen stehen hoch im Ansehen. In Südamerika kann man besonders Brasilien als ein Land bezeichnen, in dem das Interesse für Gott und sein Wort unter der Bevölkerung wächst. Mitarbeiter unserer portugiesischen Abteilung berichten von einer großen Resonanz auf christliche Radioprogramme in Brasilien. Nicht nur kommen viele Briefe mit Fragen, sondern auch Zuschriften, wo die Hörer bezeugen, dass sie Christus angenommen haben, durch die Botschaft am Radio. In Argentinien, das lange Zeit durch politische Unruhen und Schwierigkeiten geistlich verschlossen war, entstehen große geistliche Bewegungen. Auch in anderen Ländern Mittelamerikas gibt es immer wieder Erweckungen und viele Gemeinden entstehen. Menschen kommen zum Glauben. Es ist ein neuer geistlicher Hunger aufgebrochen. Wir danken Gott für solche Bewegungen und wünschen, dass wir sie heute wieder in Europa, in den alten christlichen Ländern, sehen und erleben könnten. Doch nun zurück zu unseren Texten der Apostelgeschichte 19. In den Versen 17 bis 20 finden wir einige Auswirkungen einer Erweckung. Zuerst finden wir, dass die Erweckung durch ein schreckliches Ereignis ausgelöst wurde. Da waren die sieben Söhne des jüdischen Priesters Skewas, die umherzogen und besessen heilten. Nachdem sie sahen, welche Wunder Gott durch Paulus tat, der im Namen Jesu heilte, gebrauchten diese Exorzisten auch den Namen Jesu in ihren Beschwörungsformeln. Hier funktionierte die Sache jedoch nicht, weil diese Teufelsaustreiber selber keine Christen waren. Vielmehr fielen diese bösen Geister über die Männer her, rissen ihnen die Kleider vom Leib und schlugen sie blutig. Die Geschichte wurde in ganz Ephesus bekannt, heißt es weiter im biblischen Bericht. Dies war der Anlass zur Erweckung und dann werden einige Auswirkungen aufgeführt. Es heißt da erstens, Juden wie Nichtjuden erschraken und sie ehrten und priesen den Namen Jesu des Herrn. Diese Juden wie Nichtjuden waren Menschen, die bisher nicht an Jesus glaubten. Sie waren vielleicht religiös. Sie folgten vielleicht sogar den Geboten und Richtlinien der Bibel. Sie hatten ihre kirchliche Tradition, aber sie kannten Jesus nicht und interessierten sich bisher auch nicht sehr für ihn. Von diesen Leuten wird zweierlei gesagt. Erstens, sie erschraken. Hier war endlich einmal etwas geschehen, was sie aus dem Gleichgewicht brachte. Sie wurden ernst und nachdenklich und nahmen die Sache mit Gott nicht mehr so leicht wie bisher. Es kam zu einer Erschütterung in ihrem Leben, zu einer Krise. Ja, wenn Menschen einmal erschrecken über geistliche Dinge, dann ist schon viel gewonnen. Aber wie schwer ist es oft, jemanden überhaupt zum Aufhorchen zu bringen? Auch unter unseren Hörern ist oft so viel Gleichgültigkeit. Man lässt sich berieseln, wenn es sein muss, auch mit etwas Frommen und Erbaulichem. Aber es kommt nicht zu einem geistlichen Erschrecken über die Situation, über das Gericht Gottes und seine Macht und Herrlichkeit. Wir müssen Gott bitten, dass er etwas in unser Leben senden möchte, das uns einmal erschrecken und erwachen lässt, damit wir nicht so schlafend und verträumt durchs Leben schleichen und am Ende ins Verderben gehen. Zweitens, sie ehrten und priesen den Namen Jesu des Herrn, heißt es weiter in diesem Bericht. Plötzlich war also diesen Leuten die Erkenntnis gekommen, dass Jesus Christus der Herr ist und dass ihm Lob und Dank gehört. Aber nicht nur begriffen sie diese Wahrheit, sondern sie gaben ihr auch Ausdruck, sicher in ihren Gebeten, aber sehr wahrscheinlich auch in ihren Gesprächen und Unterhaltungen. Wo Jesus geehrt und gepriesen wird, da ist kein Platz mehr für obszöne Redensarten, für Kritik und Beleidigungen und auch nicht mehr für Klagen und Stöhnen. Die ganze Atmosphäre, in der wir leben, wird positiver, heller, freundlicher. Das können wir heute gut gebrauchen. Also die Auswirkungen der Erweckung in Ephesus waren einmal, dass Juden wie Nichtjuden erschraken über ihre Situation. Zum anderen sehen wir, dass sie Jesus ehrten und seinen Namen priesen. Eine andere Auswirkung der Erweckung in Ephesus war, dass die Christen einmal Reinhaus machten. Zuerst wird von den Nichtchristen berichtet, wie sie erschraken und dann den Namen Jesu verherrlichten. Nun wird von den Christen gesprochen. Bei ihnen stimmte auch nicht alles. Obwohl sie ihre frühere Religion verlassen hatten und vielleicht Nachteile um Jesu Willen auf sich genommen hatten, gab es noch dunkle Stellen in ihrem Leben. Es heißt hier im biblischen Bericht, dass die Christen zugaben, dass sie früher Zauberkünste getrieben hatten. Vielleicht war es ihnen noch nie wichtig erschienen. Vielleicht hatten sie der Tatsache, dass sie sich früher mit dunklen Mächten abgegeben hatten, noch nie eine größere Bedeutung beigemessen. Ohne Zweifel jedoch waren diese Bindungen zu früher nicht gelöst worden und stellten nun ein Hindernis für ihr geistliches Wachstum und ihre Kraft und Zeugnis dar. Auf einmal, in Zeiten der Erweckung, werden diese Dinge nicht nur bewusst, sondern sie werden auch zugegeben. Zugeben heißt anerkennen und sie vor Gott und den Menschen bekennen. Die Folge davon ist Vergebung und Befreiung, neue Kraft und neuer Eifer im Glauben. Ausgeräumte Hindernisse bedeuten neue Freude und neue Gemeinschaft mit Gott. Wer weiß, was die Christen bei uns heute alles bekennen müssten, wenn einmal eine Erweckung ausbrechen würde. Lüge, Betrug, Diebstahl, Ehebruch, Mord, die Verbindung mit dämonischen Mächten, Zauberei, sexuelle Verehrungen und Abartigkeit, Gleichgültigkeit und vielleicht sogar Widerstand gegen Gott und seine heilige Sache. Dinge würden zu Tage kommen, von denen man sonst bestimmt nicht gerne sprechen würde. Dinge auch, die man in Zeiten des geistlichen Schlafes und der Gleichgültigkeit niemals als Sünde ansehen würde. Aber solche Bekenntnisse, solch öffentliche Buße würde unserer Kirche und unserem ganzen Christentum wieder neue Kraft, neue Bedeutung und neuen Wert in der Welt verleihen. Drittens merken wir in diesem Abschnitt, dass die Christen hier ihre Zauberbücher zusammentrugen und sie öffentlich verbrannten. Es wird hier die Zahl von 50.000 Silberstücken genannt, die diese Bücher wert waren. Weißt du, wie viel 50.000 Silberstücke wert sind? Das ist der Tageslohn für 50.000 Arbeiter oder etwa 2 Millionen Euro. Eine ungeheure Summe, nicht wahr? Das zeigt einmal, dass die Leute in Ephesus viel Geld für ihre Zauberbücher ausgaben. Es zeigt also, wie wichtig ihnen diese Dinge waren. Zum anderen zeigt diese Tatsache, wie gründlich nun die Umkehr der Leute war. Was ihnen vorher so viel wert war, achteten sie jetzt nicht nur für wertlos, sondern sogar für Schaden und Gefahr und deshalb verbrannten sie es ja. Nun war mit den alten Bräuchen und Bindungen endlich gebrochen. Es war rein Haus gemacht. Niemand anders als Jesus sollte nun in ihren Häusern, Familien und Herzen wohnen und regieren. Solch ein großes Feuer, solch ein Opfer musste ja bekannt werden und viele, viele zum Nachdenken bringen. Wenn ich das so sage, denkst du dann nicht auch gleich, dass es an der Zeit wäre, auch bei uns manches zu verbrennen, was unser Leben und unsere Fantasie vergiftet? Vielleicht Dinge, für die du lange gespart und viel gezahlt hast. Du weißt aber, dass sie dich hindern in deinem Verhältnis zu Gott, sie Sünde und Verführung in dein Heim bringen. Was meinst du, was geschehen würde, wenn die Christen heute einmal alle ihre Zauberbücher, was immer das für dich sein mag, verbrennen würden? Vielleicht wären auf solch einem Scheiterhaufen pornografische Zeitschriften und Bücher zu finden, vielleicht ein ganzer Haufen Videos, DVDs und CDs, vielleicht Fernsehgeräte, Schnapsflaschen, Zigaretten, Tabletten, Drogen, was weiß ich, was heute so alles Einzug in christliche Heime gefunden hat, was dort gar nicht hingehört. Das würde ein Feuer geben. Und eine Befreiung. Unglaublich. Als letzte Auswirkung der Erweckung in Ephesus wird hier genannt, dass die Botschaft des Herrn ihre Macht erwies und sich immer weiter ausbreitete. Wachstum und Ausbreitung sind die Folgen einer Erweckung. Heute sehen wir meist nur Stagnation und Rückgang des Glaubens in Europa, in den christlichen Gemeinden. Wir brauchen eine Erweckung und vieles würde sich zum Guten wenden. Viele Nöte und Probleme unserer Zeit sind die Folge von unserer Gleichgültigkeit und Gottlosigkeit, die weder Gott selbst noch seine Gebote und seinen Willen ernst nehmen. Wir beten noch. Vater im Himmel, wir danken dir für die Erweckungen, die heute noch auf der Welt geschehen. In vielen Ländern, oft auch unter großer Verfolgung und großen Schwierigkeiten und vielleicht auch in Katastrophen. Wir bitten dich aber, erbarme dich auch wieder unserer alten christlichen Nationen in Europa und schenke du uns ein heiliges Erschrecken über unsere Lage. Eine radikale Umkehr und Buße und eine neue Freude und Kraft im Glauben. Amen.